Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Herzlich willkommen auch allen Zuschauern auf das Wort.tv bei Amazing Discoveries. Zur letzten Folge unserer Spezialserie über das Buch Jesaja. Was haben wir nicht alles gelernt in dieser Schatzkiste? Ein Buch, das so viele interessante Ideen enthält und das uns so viel über Gott und über das Evangelium, über Jesus erzählt und erklärt, dass man eigentlich sagen muss, es ist schade, dass nach einem Viertel, nach einem Quartal schon alles wieder jetzt hier vorbei ist. Ich möchte euch wirklich ermutigen, nicht aufzuhören, Jesaja zu studieren. Wir haben ja mit den Sendemanuskripten viel Material noch, das wir hier auch in der Kürze der Zeit überhaupt gar nicht behandeln konnten, was ihr dann vertiefen könnt. Ellen White Zitate zum Teil, die auch hilfreich sind, um manches noch besser auf die eigene Situation, den eigenen Alltag zu übertragen auf die Gemeindesituation. Wir möchten heute, nachdem wir in all den anderen Folgen fünf Kapitel angeschaut haben, heute am Ende sechs Kapitel machen, um dann auch wirklich bis ans Ende dieses so wunderbaren Buches zu gelangen. Und bevor wir damit beginnen und noch einmal einige wirklich ausnehmend schöne und tiefgründige und christozentrische Kapitel studieren, wollen wir natürlich Gott einladen, dass er unser Denken leitet und uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Lass uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke so sehr für dieses Fest, das wir haben durften in den vergangenen Wochen, in den vergangenen drei Monaten, dass wir Jesaja studieren konnten und so viel lernen konnten, dass wir vielleicht vorher nicht so deutlich gesehen haben, neu verstanden haben oder uns auch erinnern konnten an Dinge, die du uns früher schon immer gezeigt hast. Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt unser Lehrer bist, dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast, dass wir daraus leben können und dass es unsere Hoffnung stärkt. Und uns gewiss macht, dass du bald wiederkommen möchtest, Herr Jesus, und dass wir einmal bei dir im Himmel und dann auf der neuen Erde sein dürfen. Und darauf freuen wir uns und möchten dich bitten, dass du diese Hoffnung in unser Herz hineinpflanzt, dass du dein Gesetz in unser Herz schreibst und dass wir deine Nähe in besonderer Weise heute in diesem Studium erleben dürfen, dass du uns ganz nahe kommst durch dein Wort. Herr, das ist deine Verheißung und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Jesaja 61 und dort die ersten Verse sind vielleicht so etwas für Jesus gewesen, wie für uns die dreifache Engelsbotschaft. Diese drei Verse, die wir jetzt gleich zitieren werden, haben einen enormen Einfluss auf den Dienst und auch das Verständnis von Jesus gehabt. Immer wieder hat er diese Verse zitiert, entweder direkt wie in Nazareth, in der Synagoge, in Lukas 4 oder auch indirekt, indem er zum Beispiel in der Bergpredigt gleich in den ersten beiden Seligpreisungen sich direkt auf diese Verse hier bezogen hat. Es heißt in Vers 1, Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Hier haben wir das Wesen des Messias. Er ist der Gesalbte, gesalbt durch den Heiligen Geist, wie Apostelgeschichte 10. Vers 38 uns deutlich macht, als Jesus getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn kam, da war er der Gesalbte, um das Evangelium, die frohe Botschaft zu predigen und zwar denen, die nicht nur die materiell arm sind, denn Jesus hat ja auch dem Nikodemus gepredigt, sondern den geistlich Armen, wie er in der ersten Seligpreisung sagt. Diejenigen, die verstehen, dass ihnen etwas fehlt, die nach etwas Besserem sich sehnen, die suchen nach dem echten Frieden, denen kann er die frohe Botschaft verkündigen, denn sie werden sie annehmen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Jesus war gekommen, um Menschen von der größten Knechtschaft zu befreien, die es überhaupt geben kann, von der Knechtschaft der Sünde. Er hat die zerbrochenen Herzen geheilt und er hat Menschen Freiheit geschenkt. Johannes der Täufer dachte, und er war nicht der Einzige, dass diese Verse vielleicht da auf einen Dienst hinweisen, wo Menschen aus buchstäblichen Gefängnissen freikommen würden. Aber er wurde nicht von Jesus aus dem Gefängnis des Herodes befreit. Aber Jesus befreite Menschen von dieser größten Knechtschaft der Sünde, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. In der zweiten Seligpreisung sagt Jesus, dass diejenigen glückselig sind, die trauern, denn sie sollen getröstet werden. Gemeint sind diejenigen, die nachdem sie zu Jesus kommen, erkennen, wie ihr wahrer Zustand ist und die traurig sind über sich selbst und traurig sind über ihre Sünden. Jesus kam, um das angenehme Ja des Herrn zu verkünden, eine Anspielung auf das Jubeljahr, in dem jeder seinen ursprünglichen Besitz wiederhielt, wo alles wieder hergestellt worden ist. Aber auch hier in dieser so deutlichen Betonung des ersten Kommen Jesu finden wir das zweite schon mitgedacht, wie wir schon oft gesehen haben, sind das erste und das zweite Kommen Jesu nicht voneinander zu trennen im Buch Jesaja. Sie bilden eine große Einheit, der Tag der Rache, den wir schon so in der Form in Jesaja 34 gesehen haben, wo auch diese beiden Begriffe als Begriffspaar zusammengenommen auftauchten und wo mehr die Wiederkunft im Fokus stand. Jesus hat deutlich gemacht, dass es sich hierbei um zwei chronologisch, zeitlich gesehen getrennte Ereignisse handelt, indem er nämlich in Lukas 4 diesen Abschnitt zitiert und genau an dem Punkt stoppt, wo es heißt, das angenehme Ja des Herrn, denn der Tag der Rache, der würde später kommen bei seiner Wiederkunft. Aber das Ganze ist eine einzige Mission, die Jesus in Etappen zu vollziehen hat, die er zu erfüllen hat, für die Menschen zu sterben und dann aber auch das Königreich an sich zu nehmen und die Erlösten zu sich zu holen. Um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Jesus hat selbst in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn gezeigt, dass Gott, wenn wir glauben, dass wir nicht mehr würdig sind, Kinder Gottes genannt zu werden, weil wir seine Gnade verachtet haben, weil wir seine Talente und Gaben verschwendet haben, weil wir weggelaufen sind vom Vater, weil wir uns in Sünde gestürzt haben wie der verlorene Sohn. Wenn wir denken, dass wir nicht mehr würdig sind, ein Kind Gottes zu heißen und vielleicht nur noch so ein Diener sein wollen, dann hat Jesus in dem Gleichnis gezeigt, dass der Vater auf den Sohn zulief und ihn in seine Arme schloss, ihn nicht einmal ausreden ließ, nicht einmal sagen ließ, dass er nur ein Knecht sein möchte, sondern ihm einen Ring an den Finger gab und Feierkleider, ein Festgewand, um deutlich zu machen, du bist immer noch mein Kind, lieber Freund, liebe Freundin, auch wenn du weggelaufen bist von Jesus, auch wenn du gefallen bist in die Sünde, auch wenn du ihn enttäuscht hast, wenn du den Erlösungsplan annimmst, wenn du die Hand von Jesus, die ausgestreckt nach dir greift, er greifst, wenn du seine Befreiung annimmst, dann bist du wieder ein Kind Gottes und zwar im vollsten Sinne. Ich habe das in meinem Leben erlebt, dass Gott mir immer wieder vergeben hat und mir deutlich gemacht hat, dass ich sein Kind bin und dass er mir sein Kleid der Gerechtigkeit anziehen möchte. Dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Bäume bringen Früchte entsprechend ihres Charakters. Ein Baum der Gerechtigkeit wird also Früchte der Gerechtigkeit bringen. Und das ist das, was Erlösung tut. Sie bewirkt nicht nur, dass Sünde hinweggenommen wird, sondern sie bewirkt, dass auch Gerechtigkeit in unserem Leben entsteht, wachsen kann wie ein Baum, wie eine Pflanzung. Und zwar zur Ehre Gottes, zu seinem Ruhm. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmern lagen. Die Erlösten werden sich beteiligen an dem Werk Gottes. Sie werden aufbauen, was zerstört worden ist. Wir haben in Jesaja 58, letztes Mal in Vers 12, diese Idee gesehen von den wiederkehrenden Juden, die Jerusalem wieder aufbauen als Typus für die Endzeitbewegung, die sich anschickt, das Evangelium wieder vollständig den Menschen zu präsentieren. Die Lücke, die in das Gesetz Gottes geschlagen worden ist durch die Veränderung des Sabbatgebotes, das alles wieder aufzurichten, die Wahrheit der Bibel, die Wahrheit der zehn Gebote. Und das, was in Trümmern liegt, nämlich die Wahrheit des Evangeliums in den Kirchen, all das wieder aufzurichten, damit Menschen sehen, was Gott wirklich gesagt hat. Fremde werden dastehen und euer Vieh, Weiden und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ein Gedanke nehmen wir auch schon ganz ähnlich in Jesaja 60 und Jesaja 14 gehabt haben. Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Schon seit dem Beginn hat Gott sich gewünscht, dass die Israeliten als sein Volk ein Königreich von Priestern sind. So heißt es ja in 2. Mose 19 Vers 4 bis 6 eine Idee, die auch heute nichts an Gültigkeit verloren hat. Denn 1. Petrus 2 Vers 9 sagt uns, dass auch wir solch ein Königreich von Priestern sein sollen. Gott macht hier deutlich, er wollte, dass das ganze Volk zurückkehrt nach Jerusalem, dort es aufbaut und dann als gesamtes Volk quasi allen anderen Nationen von Gott und von seinem Evangelium erzählt. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Die Nationen würden nach Jerusalem kommen. Das war der Plan zum Berg Zion, wie schon ganz am Anfang im Buch Jesaja Kapitel 2 vorhergesagt hatte. Das Ganze, was wir hier lesen, ist letztendlich auch eine Vertiefung dessen, was wir letztes Mal in Jesaja 60 gesehen haben. Mache dich auf, werde Licht und denn dein Licht kommt, wie wenn die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben sich zeigt, dann werden Nationen dieser Welt sehen, dass es Wahrheit gibt, dass es Gerechtigkeit gibt und dass du bei Gott zu findest. Und sie werden zu uns kommen, zu unserer Freude, wie wir das in Jesaja 60 gesehen haben. Die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolden und zum Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil, denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbteil erlangen und eine ewige Freude wird ihnen zuteil werden. Wir hatten in Jesaja 40 gesehen, dass für die Sünden die Israeliten doppelt erlitten haben, aber jetzt bekommen sie für die erlittene Schmach auch doppelt vergoldet. Sie bekommen ein doppeltes Erbteil, das Kennzeichen eines Erstgeborenen. Seit den Tagen von Mose hat Gott das Volk Israel als seinen erstgeborenen Sohn bezeichnet. Ewige Freude. Eine Idee, die wir auch schon in Jesaja zuvor gehabt haben, zum Beispiel in Jesaja 35 zum Beispiel und dort Vers 10. Denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse frevelhaften Raub. Ich werde ihnen ihren Lohn getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Diese Erlösung, die Gott uns anbietet, basiert nicht darauf, dass er seinen Maßstab verändert, dass er die Gerechtigkeit beiseite legt, dass er einfach alle Augen zudrückt, sondern Gott sagt sehr deutlich, er liebt das Recht und er hasst die Sünde. Er hasst den Raub und die Gottlosigkeit und er möchte einen ewigen Bund mit uns schließen, diesen ewigen Bund. Den haben wir schon kennengelernt in Jesaja 55. Die Gnadengüter Davids, die beständig sind, dass Jesus als der Sohn Davids, unser König, unser Erlöser, unser hoher Priester sein möchte, dass er unsere Sünden wirklich vergeben möchte, dass wir Gott kennen direkt durch ihn und dass wir sein Gesetz in unserem Herzen haben, so wie es der neue Bund in Jeremiah 31 und Hebräer 8 beschreibt. Und man wird ihren Samen unter den Heiden kennen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden anerkennen, dass sie ein Same sind, den der Herr gesegnet hat. Die Heiden werden bemerken, dass hier ein gesegnetes Volk ist. Auch das hatte Gott schon in 5. Mose 4 deutlich gemacht, dass wenn die Israeliten seine Gebote und seine Worte halten würden, dann würden auch die Heiden anerkennen, dass hier ein besonderer Segen auf diesen Menschen liegt. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Gott möchte, dass wir fröhlich sind. Und wenn wir Erlösung erleben, wenn wir merken, wie Gott uns vergeben möchte, wie er uns das Kleid seiner Gerechtigkeit, das im Himmel gewebt worden ist, an dem wir keinen Anteil gehabt haben, wenn er uns dieses Kleid schenken möchte, dass wir es haben dürfen, wenn er es uns anbietet, wie es der Gemeinde Laodizea vor der Tür stehend anbietet. Wenn wir das annehmen und merken, Gott ist so gut zu uns, er vergibt uns, obwohl wir das nicht verdient haben, dann werden wir diese wunderschöne Freude in unserem eigenen Herzen erleben. Die Bibel sagt deutlich, dass wir Jesus Christus selbst anziehen sollen. Er ist unsere Gerechtigkeit. In der Offenbarung wird das Bild von der Braut sowohl verwendet für die Beschreibung der Gemeinde Gottes als auch für das neue Jerusalem. Vers 11, denn gleich wie das Erdreich sein Gewächs hervorbringt und deinen Garten seinen Samen sprossen lässt, so wird Gott der Heer Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen, Verzeihung, vor allen Heidenvölkern. Wir hatten schon in Jesaja 55 gesehen, wie Gottes Wort verglichen wird mit dem Regen, der dann die Pflanzen wachsen lässt. Und Gottes Wort ist der Regen, aber die Pflanze, die wachsen soll, ist die Gerechtigkeit in unserem Leben. Nicht unsere eigene Selbstgerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben. Die soll wachsen. Jesus hat oft davon gesprochen, dass das Reich Gottes wie eine Pflanze, es hat mehrmals Gleichnisse aus dem Ackerbau verwendet, um zu zeigen, dass das Reich Gottes einen Wachstumsprozess beinhaltet und dass Gott diese Gerechtigkeit in uns wachsen lässt und zwar vor allen Menschen. Gott möchte, dass andere Menschen sehen, dass Gott in unserem Leben aktiv ist und wirkt. Kapitel 62, um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie ein Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Hier ist ein tiefer Wunsch, dass endlich die Gemeinde Gottes zum Licht der Welt wird, zu einer brennenden Fackel inmitten einer dunklen Welt. Wie viele von uns nehmen sich vor, nicht zu schweigen, nicht abzulassen im Gebet, bis die Gemeinde zum Licht der Welt geworden ist, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht. Nicht einfach nur irgendwelche Werbung, welche Äußerlichkeiten, sondern dass der Charakter Gottes sich zeigt als ein helles Licht in dieser dunklen Welt. Das war das Flehen, das hier auch aufgeschrieben ist und ausgedrückt ist. Das Evangelium soll ja als helles Licht die ganze Welt erleuchten, wie wir in Jesaja 60 gesehen haben und in Offenbarung 18, Vers 1 in der Endzeit dann auch sehen. Vers 2, und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen benannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Auch hier sehen wir wieder die Parallele zu Jesaja 60. Die Heidenvölker werden die Gerechtigkeit sehen. Dort haben wir gesehen, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Hier sehen wir, dass seine Herrlichkeit seine Gerechtigkeit ist, die dann auch unsere Gerechtigkeit sein soll. Und die Könige werden die Herrlichkeit sehen. Wir sehen hier diesen Parallelismus von Gerechtigkeit und Herrlichkeit ganz wunderbar. Und dieser neue Name, den Gott uns geben möchte, den finden wir auch in Offenbarung 2 in der Botschaft an die Gemeinde Pergamon. Wo in Offenbarung 2, Vers 17 die Überwinder einen neuen Namen bekommen. Ein Ausdruck für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Auch Abraham ist ja zu Abraham geworden und Jakob zu Israel. Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Warum tragen Könige Kronen? Und sie tragen Kronen, um damit äußerlich zu symbolisieren für andere, welche Macht sie haben. Jesus zeigt an uns, vor dem Universum, welche Macht er hat. Und deswegen sind wir, du und ich, wenn wir an Jesus festhalten und von ihm erlöst sind, eine Krone für ihn. Man wird dich nicht mehr verlassen nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land vermehlte, denn der Herr wird Lust an ihr haben und dein Land wird wieder vermehlt sein. Das ist das Bild, das wir aus Jesaja 54 kennen, wo Gott davon gesprochen hat, dass sein Volk wie eine Frau ist, die verstoßen gewesen ist wegen der Sünde. Aber Gott möchte sie wieder zu sich holen. Er möchte sie retten. Er möchte sie erlösen. Die Israeliten dachten, sie sind verlassen. Jesaja 49 haben wir das gesehen. Aber Gott sagt, so soll es nicht mehr sein. Es soll nicht meine Wüste sein, sondern ein Land, das mit Gott verbunden ist, in einem engen Bund, so eng wie ein Ehebund. Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermehlt, so werden deine Söhne sich mit dir vermehlen. Das ist das eine Bild hier. Das ist ein sehr komplexer Vers, den wir hier in Vers 5 haben. Das heißt, die Israeliten werden in das Land zurückkommen. Die Israeliten, die Männer sind hier der junge Mann sozusagen und das Land ist die Jungfrau, das ist das eine Bild. Also, dass zwischen dem Land und den Israeliten, die im Exil gewesen sind, wieder eine Einheit besteht, dass sie in das Land zurückkommen. Aber nicht nur das, sondern es heißt, und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Hier haben wir das Bild, dass auch Gott der Bräutigam ist und dann das Land und damit auch das Volk Israel, seine Braut. Und Gott möchte sich an uns freuen. Wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass Gott selbst sich freut über uns. Das sehen wir in Zephania 3 zum Beispiel auch, wo er über uns frohlocken möchte. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Dir den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Die Wiederherstellung Jerusalems sollte die Top-Priorität für das Volk Gottes sein. Das heißt, übertragen soll die Wiederherstellung des Ewigen, des Vollen, des biblischen Evangeliums und die Verkündigung dieses Evangeliums in der ganzen Welt unsere Top-Priorität sein. Wir sollten weder ruhen noch schweigen. Wir sollten Gott daran erinnern, an seine Verheißungen, bis das passiert, was er gesagt hat. Vielleicht geben wir alle, und ich eingeschossen, zu früh auf. Vielleicht sind wir zu sehr zufrieden mit dem bisschen, was erreicht worden ist. Wir sehen zwar, dass die Bibel sagt, dass die ganze Welt erleuchtet werden soll mit der Herrlichkeit Gottes. Aber wie oft beten wir eigentlich darum? Ich muss mich fragen, und wir müssen uns alle fragen, wie oft beten wir dafür? Wie oft lassen wir Gott keine Ruhe, dass endlich, endlich, endlich das Evangelium wie ein Lichtglanz durchbricht. Und zwar nicht nur als eine bloße Theorie, die klug vorgetragen wird, sondern im Leben von Menschen, getragen von der Botschaft und erfüllt vom Heiligen Geist. Dass die alten Mauern wieder aufgeknüpft werden, dass das ewige Evangelium, wie es seit den Tagen von Adam schon gültig war, dass es endlich wieder in voller Kraft erstrahlt. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, wir haben ja schon viel über die Rechte Gottes, den starken Arm gehört und die Kraft, die das ausdrücken soll, in der Errettung. Ich will dein Korn in Zukunft nicht mehr deinen Feinden zur Speise geben und die Fremdlinge sollen nicht mehr deinen Moss trinken, um den du dich abgemüht hast. Das war ein Fluch, den wir in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 beschrieben finden, dass wenn das Volk ungehorsam sein würde, würden sie zwar anbauen, aber andere würden davon genießen. So etwas haben wir zum Beispiel in der Richterzeit, in der Zeit von Gideon, ganz praktisch gesehen und an anderen Stellen auch. Man denke an Jesaja Kapitel 7, wo wir auch gesehen haben, wie der Einfall der Assyrer die Ernte vernichtet oder zu großen Hungersnot dann auch führt. Vers 9, sondern die es einsammeln, die sollen es essen und den Herrn preisen und ihn einbringen, und die sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gott hatte ja sich gewünscht, dass mehrmals im Jahr, mindestens dreimal im Jahr die Israeliten, mindestens alle Männer, aber am liebsten alle Frauen auch und Kinder, die ganzen Familien zum Ort des Heiligtums, dann später nach Jerusalem kommen würden, um dort entsprechend Gemeinschaft zu haben, ein religiöses Fest zu feiern, ein Fest des Glaubens, dabei auch das Wort Gottes neu zu hören. Das steht hier im Hintergrund. Vers 10, geht hin, geht hin durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine weg, hebt das Banner hoch, empor über die Völker. Hier haben wir einen klaren, einen deutlichen, einen dringenden Aufruf, das Volk soll Babylon verlassen. Jeder Anstoß, jede Schwierigkeit ist aus dem Weg geräumt, wenn nichts darf, das aufhalten, auch in unserem Leben darf, und unserer Gemeinde darf nichts, die Verkündigung des wahren, ewigen Evangeliums aufhalten. Niemand darf aufgehalten werden, Babylon zu verlassen, um endlich zur vollen Wahrheit zurückzukehren. Was immer es an Hindernissen gibt, diese Hindernissen müssen aus dem Weg geräumt werden, damit der Weg so klar und deutlich ist. Die Botschaft muss hoch erhaben sein, sie muss wie ein Banner erhöht werden, und dieses Banner haben wir gesehen in Jesaja 11, das ist Christus selbst, das ist der Messias, das ist der biblische Jesus, so wie ihn die Bibel uns zeigt. Siehe, der Herr lässt verkündigen bis ans Ende der Erde eine weltweite Botschaft, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Das erinnert uns an Jesaja 40, aber auch an die Beschreibung der Wiederkunft in Offenbarung 22, Vers 12, und auch hier sehen wir wieder die Erlösung und auch die Wiederkunft als ein großes Ganzes. Diese Botschaft ist eine Botschaft, die wir heute predigen sollen, eine Botschaft, die das Kreuz von Jesus, die Vergebung, die Möglichkeit der Vergebung der Sünden und die Wiederkunft mit einschließt als eine große Gesamtbotschaft, die nicht voneinander zu trennen ist, also die einzelnen Teile nicht voneinander zu trennen sind. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn, und dich wird man nennen, die Stadt, nach der man fragt und die nicht mehr verlassen wird. Es gibt in Jeremia 30 eine Parallelstelle, wo deutlich wird, dass Gott sagt, diese Stadt ist genannt worden, die Stadt, nach der man nicht mehr fragt, die verlassen ist. Und Gott sagt, nein, so soll es nicht mehr heißen. Die Völker um Israel herum sollten sehen, dass Gott hier mächtig eingeriffen hat und sein Volk erlöst hat. Das Volk sollte ja, und das haben wir schon in Jesaja 60, Vers 21 gesehen, aus lauter Gerechten bestehen, wenn Gott sein Volk erlöst, heiligt er es auch. Es soll ein heiliges Volk sein. Die Erlösten sind Heilige. Kapitel 63. Hier haben wir in Vers 1 bis 6 eine ganz besondere Prophezeiung, die ein bisschen auch für sich steht, die allerdings auf verschiedene Prophezeiungen vorher deutlich Bezug nimmt. Vor allem auf Jesaja 34, wie wir gleich noch sehen werden, diese Endzeit-Prophezeiung, die anhand von Edom auch das Schicksal aller ungläubigen Menschen illustriert hat. Lesen wir ab Vers 1. Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra, mit hochroten Kleidern, er, der prächtig aussieht, in seinem Gewand stolz auftritt, in der Fülle seiner Kraft und die Antwort kommt, ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Dieser Verweis auf Edom und Bosra ist eine deutliche Parallel zu Jesaja 34, wie eben gerade schon gesagt, wo das große Gericht Gottes an den Heiden beschrieben worden ist. Und hier wird jetzt gefragt, wer ist das in diesen roten Gewändern und die Antwort wird von ihm selbst gegeben, er, der von Gerechtigkeit redet. Und wenn wir die letzten ungefähr gut 20 Kapitel zurückschauen, dann sehen wir einen, der ständig von Gerechtigkeit redet, der sagt, dass er seine Gerechtigkeit uns anbietet, dass er seine Gerechtigkeit nahe gebracht hat, dass er unsere Gerechtigkeit ist, wie es dann auch in Jeremia heißt, es ist Christus unsere Gerechtigkeit, der mächtig ist zum Retten, der in all den 20 Kapiteln oder so vorher deutlich gemacht hat, dass er der Einzige ist, der retten kann, dass er Kraft hat, dass er Macht hat und dass er uns retten möchte. Warum ist denn dein Gewand so rot? Und deine Kleider sehen aus wie die eines Kältertreters. Dieses Bild des Kältertretens kennen wir dann auch aus Joel Kapitel 4, wo ebenfalls das Gericht über die Heiden beschrieben wird als eine Kälte, die getreten wird, weil die Bosheit so groß ist. Ein Bild, das in Offenbarung 14 aufgegriffen wird, wo dann die Wiederkunft beschrieben wird als eine doppelte Ernte, eine Weizenernte, wo die Gläubigen von der Erde abgeerntet werden und die Gottlosen wie Trauben gekältert werden und das Blut bis an die Säume der Pferde geht also hochspritzt und genau das ist eigentlich hier auch die Idee. Das Blut geht an seine Kleider. Das heißt, ich habe die Kälterlein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Die Idee ist also, dass hier die Gottlosen vernichtet werden aufgrund ihrer Rebellion, obwohl sie das Evangelium gehört haben, haben sie es abgelehnt und Christus selbst, der ihnen das Evangelium angeboten hatte, wird sie hier vernichten. Vers 4, denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen, das Jahr meiner Erlösten war gekommen. Das ist genau die gleiche Formulierung in etwa, wie wir es in Jesaja 61 gesehen haben, das Jahr, das angenehme Jahr des Herrn und der Tag der Rache. Nur ist hier jetzt der Fokus ein bisschen, als wenn das Gesamtpaket einfach umgedreht worden ist, dass man es jetzt von der anderen Seite sieht. Hier ist der Fokus vor allem auf die Wiederkunft gelegt, der Tag der Rache, aber der natürlich auch die Erlösung wieder mit beinhaltet, denn Jesus hat, bevor er bei der Wiederkunft die Gottlosen vernichten wird, aufgrund ihrer Sünden, für jeden Einzelnen von ihnen diese Sünden eigentlich schon getragen. Niemand hätte vernichtet werden müssen. Er hat die Kälte allein getreten, als er am Kreuz von Golgatha starb, als er schon in Gethsemane die Sünden der Welt auf sich laden ließ, hat er den Kampf gegen Satan und gegen die Sünde aufgenommen. Er hat den Zorn Gottes selbst erlebt. Er hat sich selbst besudelt, damit sein Gewand ist blutrot, denn er ist für alle Sünden gestorben. Und leider wird es viele, viele Menschen geben, die das nicht glauben und die dann trotzdem, obwohl er schon für sie gestorben ist und die Kälte schon für sie getreten hat, alleine dann doch am Ende sterben, weil sie diese Erlösung von ihm nicht angenommen haben. Lasst uns sicherstellen, in unserem persönlichen Leben, dass Jesus wirklich unser persönlicher Heiland ist, dass er unser Erlöser ist, dass wir wissen dürfen, von ganzem Herzen, dass er mir vergeben hat und dass er dort am Kreuz von Golgatha das erlitten hat, was ich erleiden müsste eigentlich bei der Wiederkunft, damit wenn er wiederkommt, ich nicht sterben muss und auch nicht nach den tausend Jahren vernichtet werde, sondern ewiges Leben mit ihm haben kann. Vers 5 Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer und ich war verwundert, aber niemand unterstützte mich. Da half mir mein eigener Arm und mein Grimm, der unterstützte mich. Auch dieses Bild kennen wir schon aus Jesaja 59, Vers 16, dass Gott hier aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft und aus eigener Gerechtigkeit die ganze Erlösung, all das Werk Gottes tut, sein eigener Arm, seine eigene Kraft. Und so zerzrate ich die Völker in meinem Zorn und machte sie trunken mit meinem Grimm und ich ließ ihren Saft zur Erde fließen. Wir sehen also, diese Prophezeiung beinhaltet auch wieder das Verständnis der Erlösung von einer bestimmten Perspektive, aber zeigt dann vor allem auch das, was in Offenbarung 14 beschrieben wird, was in Joel beschrieben wird, das Ende. Und hier sehen wir noch einmal sehr schön, wie die Endzeitbotschaft verbunden ist mit dem Evangelium, wie wir es auch in Jesaja 61 gesehen haben. Ab Vers 7 haben wir jetzt einen neuen Gedankengang. Ich will an die Gnadenerweisung des Herrn gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie es sich gebührt, nach allem, was der Herr an uns getan hat und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisung. Es würde auch uns gut tun, wenn wir öfter über das nachdenken, was Gott für uns getan hat. Wie groß ist seine Gnade? Ich weiß, dass in meinem eigenen Leben Gottes Gnade ist sehr viel größer, als wir das oft vermutet haben. Seine Barmherzigkeit ist viel größer. Es gibt viel mehr Gnade als Sünde. Und wir sollten öfter an das Große tun, was er in unserer Gemeinde getan hat, in der Geschichte getan hat, aber vor allem auch in unserem eigenen Leben, in unseren Familien getan hat. Da sprach er, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Und hat Gott gewusst, dass viele Israeliten abfallen würden? Hat Gott gewusst, dass viele Menschen abfallen würden, die durch Glaubensbekenntnis, durch Taufe Teil seines Volkes geworden sind? Ja, er hat es gewusst. Und doch sagt die Bibel, die Liebe hofft alles. Er behandelt Menschen, von denen er weiß, dass sie fallen werden, trotzdem so, als hätten sie eine, als würden sie genuine Kandidaten für den Himmel sein und gibt ihnen alles, was sie brauchen. Er hat ja selbst den Luzifer im Himmel zu seinem besten Freund gemacht, wissend, dass er einmal abfallen würde. Gott, Gottes Liebe ist unvorstellbar groß. Und seine Sehnsucht, mit uns Gemeinschaft zu haben, größer, als sie uns das eigentlich vorstellen können. Lasst uns in Demut vor ihm niederbeugen und uns dafür bedanken, dass er so unfassbar gnädig ist. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Und der Engel seines Angesichts rettete sie. Das ist ein Bild, das wir auch in den ersten Mosebüchern immer wieder finden. Der Jakob spricht von dem Engel, der ihn aus allem Bösen erlöst hat. Mose erscheint der Engel des Herrn. Das ist niemand anders als Jesus Christus. Genauso wie auch bei Jakob auch wird dem Mose gesagt, dass der Engel des Herrn vorangehen wird, um die Israeliten nach Kanan zu führen. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. In 5. Mose wird uns gesagt, wie Mose sagt, dass Gott sie getragen hat durch die Wüste, all diese Zeit hindurch. In Jeremia 6, Vers 16 gibt es diese interessante Aufforderung, diese Verheißung, diese Aufforderung, dass wir an die Wege treten sollen und den guten Pfad der Vorzeit finden sollen, darauf wandeln sollen. Und hier sehen wir, der Pfad der Vorzeit besteht darauf, oder auf dem Pfad, auf dem guten Pfad der Vorzeit zu wandeln, besteht darin, von Gott getragen zu werden, von ihm sich tragen zu lassen. Sie aber waren widerschwänzig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Wenn wir der Erlösung uns widersetzen, dann stellen wir uns bewusst, auch wenn uns vielleicht nicht immer gleich so direkt bewusst ist, aber wir stellen uns auf die Seite des Feindes. Es gibt einen großen Kampf, es gibt nur zwei Seiten. Wenn wir uns gegen Gott wehren, werden wir zu seinem Feind und er kämpft dann gegen uns, weil er gegen die Sünde kämpft und wenn wir an der Sünde festhalten, machen wir uns Gott zum Feind. Da gedachte sein Volk an die alte Zeit, an Mose. Wo ist der, welcher sie aus dem Meer führte, mit dem Hirten seine Herde? Der Hirte hier ist Mode, Mose. Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab? Wir wissen aus 4. Mose 11, wie Gott seinen Heiligen Geist auch nicht nur auf Mose legte, sondern auch auf die 70 Ältesten, wie er mit seinem Geist das Volk führen wollte, der seinen majestätischen Arm zur rechten Mose einherziehen, ist wieder das Bild von dem Arm, der erlöst. Das haben wir schon öfter hier in Jesaja gesehen, der die Kraft der Lösung symbolisiert, besser gesagt. Der zuvor ihnen das Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen. Das Bild des Durchzugs aus dem Roten Meer, diese Geschichte wird hier zum Bild, noch einmal für die Kraft Gottes. Eine Erinnerung an das, was Gott alles in der Vergangenheit getan hatte, sollte die Israeliten hier ermutigen. Der sie durch die Wassertiefen führte, wie ein Ross auf der Ebene, ohne dass sie strauchelten, wie das Vieh, das ins Tal hinabsteigt. So brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geführt, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Wir haben gesehen in Vers 16, Gott hat sich einen ewigen Namen gemacht. Hier sehen wir, er hat sich einen herrlichen Namen gemacht. Gottes Name wird bekannt durch die Erlösung, die er bewirkt. Vers 15, Denn blicke vom Himmel her nieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das Aufwallen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Hier wird jetzt ein Gebet formuliert, dass die Israeliten beten sollten im Exil, auch ein Eindruck, den sie hatten. Sie hatten den Eindruck, vielleicht hatten den Eindruck, Gott hat in der Vergangenheit so viel getan. Was tut er jetzt für mich? Vielleicht haben wir manchmal diesen Eindruck, Gott hat in der Zeit in der Bibel und in der Zeit in der Kirchengeschichte so viele große Dinge getan. Aber wo ist jetzt seine Macht? Wo ist jetzt sein Eifer, seine Liebe, seine Barmherzigkeit? Und doch sagt Vers 16, und doch bist du unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Übrigens ein ganz nebenbei gesagt, ein ganz toller Vers, um zu zeigen, dass der Zustand der Toten so ist, wie wir glauben, dass die Toten nichts wissen. Abraham ist nicht im Himmel. Jakob ist nicht im Himmel. Ansonsten könnte Jesaja diesen Vers so nie geschrieben haben. Du aber, O Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Gott ist unser Vater. Jesus hat uns gesagt, wir sollen zu ihm beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Die wahren Gläubigen stammen nicht von Abraham ab. Sie stammen nicht von Jakob ab. Sie stammen von Gott ab. Damit wird deutlich, dass es nicht so sehr um die genetische, biologische, menschliche Abstammung geht, sondern vielmehr um den Glauben an den einen Gott, unseren Vater. Herr, warum willst du uns abirren lassen, vor deinen Wegen und unser Herz verstocken? Das wird dich nicht fürchten. Kehre zurück, um deine Knechte willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Hier wird deutlich, dass nur, wenn Gott mit seinem Heiligen Geist an den Menschen wirkt, sind sie in der Lage, seine Botschaft aufzunehmen. Und denn, wenn sie seine Botschaft ohne den Heiligen Geist hören, werden sie sich verstocken und werden in die Irre gehen. Ohne Gottes Hilfe könnten wir überhaupt gar nicht umkehren. Und so bitten sie, dass Gott in ihr Leben eingreift. Nur kurze Zeit hat ein heiliges Volk es in Besitz gehabt. Unsere Feinde haben dann Heiligtum zertreten. Der Tempel war ja dann zerstört worden. Und wohlgemerkt, wir müssen uns immer daran erinnern, all das schreibt Jesaja ja lange, bevor die Babylonien überhaupt kommen und den Tempel zerstören. Lange bevor das Exil ist. Der Jesaja in Vision jetzt schon seit über 20 Kapiteln bringt immer wieder Dinge, die dann über 100 Jahre später die Israeliten für sich in Anspruch nehmen dürfen als gegenwärtige Wahrheit. Wir sind geworden wie solche über die du niemals geherrscht hast, über die dein heiliger Name nicht ausgerufen wurde. Das lange Exil von sieben Jahrzehnten hatte dem Volk sehr zugesetzt. Es stellt sich die Frage, sind wir überhaupt noch das Volk Gottes oder sind wir jetzt einfach wie ein anderes Heidenvolk? Kapitel 64 Vers 1 Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge beten vor deinem Angesicht wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wassersieden macht, um deinen Namen, deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern. Sie wünschen sich, im Exil werden sie sich wünschen, dass Gott noch einmal eingreift, mächtig und mit Macht, so ein bisschen wie David das in Psalm 18 beschreibt, so bildgewaltig, um den Namen Gottes, den ewigen Namen, wie wir in Vers 16 gesehen haben, Kapitel 12 in Jesaja 63, den herrlichen Namen, wie wir in Vers 14 gesehen haben und den Namen unserer Erlöser von Ewigkeit her in Vers 16 gesehen haben, diesen Namen sollen die Feinde kennenlernen, indem du furchtgebietene Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten. Ja, fahre du herab, dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben, wenn Gott eingreift, dann auf unerwartete Art und Weise, wir können die nicht berechnen, er überrascht uns immer wieder, denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, das hat kein Auge gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn haaren. Der Einzige, der immer, immer und immer wieder zu allen Zeitaltern seinen Gläubigen beigestanden hat, ist der Gott der Bibel, der Gott der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der sich in der Person von Jesus Christus auf dieser Welt offenbart hat als der Einzige, der dir und mir helfen kann mit allen unseren Problemen. Du kommst dem entgegen, der sich daran freut, Gerechtigkeit zu tun, denen, die auf deinen Wegen an dich gedenken, doch siehe, du wurdest zornig, weil wir Sünde begingen und lange Zeit dann geblieben waren, aber möchte uns doch geholfen werden. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten, er freut sich, wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehnen, danach hungern und dürsten, wie die vierte Seligpreisung sagt, dann sollen wir gesättigt werden. Aber das Problem der Israeliten war, dass sie gesündigt hatten, aber nicht nur einmal kurz, sondern in der Sünde blieben und das über langen Zeitraum, über Jahrhunderte hinweg immer wieder mehr Rebellion als Gehorsam. Und doch, sagen sie, und doch kann es uns helfen, möchte uns doch geholfen werden, obwohl wir so viel gesündigt haben. Die Hoffnung war noch nicht gestorben, denn Gott selbst hatte ja in all den Kapiteln vorhanden deutlich gesagt, dass er ihnen helfen würde. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid, ein wichtiger, wichtiger Vers, der deutlich macht, wir alle sind Sünder. Niemand von uns kann durch eigene Taten, aus menschlicher Kraft irgendetwas vorweisen, was vor Gott wohlgefällig ist. Er hat ja vorher schon gesagt, dass er die menschliche Gerechtigkeit als unnütz darstellen wird. Das war in Jesaja Kapitel, schauen wir kurz, genau in Jesaja 53, in Jesaja 57, Verzeihung, Jesaja 57 Vers 12, wo Gott offenbart hat, dass die Selbstgerechtigkeit nichts bringt. Und ein Gedanke, den dann Paulus später im Römerbrief auch aufgreift und deutlich macht, dass wir alle Sünder sind, wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Jesaja sagt ja, wir sind alle wie Gras, das verdorrt und wie Blumen, die abgefallen sind. Unsere Gerechtigkeit bringt nichts, wir sind alle unrein. Und das war ein entscheidender Punkt hier, dass die Israeliten ihre eigene Sünde erkennen, ihre Ungerechtigkeit, dass sie erkennen, dass sie Hilfe brauchen. Wir sehen im Gebet von Daniel, in Daniel 9, dass genau das dann geschehen ist in ihm, dass er sieht, wir sind unrein, wir sind gottlos gewesen, wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen die Barmherzigkeit und dann offenbart sich ja in Daniel 9 diese wunderbare Prophezeiung des Messias, das Evangelium in einer besonderen Art und Weise mit dem genauen Datum des Auftretens des Messias und des Sterbens. Und da war niemand, der deinen Namen anruf, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns da hingegeben in die Gewalt unserer Missetaten, eine interessante Formulierung, dass Sünde Kraft hat. Und wenn wir uns nicht aufmachen und Gott anrufen, dann sind wir in der Gewalt der Sünde fest und Gott lässt uns unseren freien Willen. Nun aber bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk, deine Hände. Auch dieses Bild kennen wir schon aus Jesaja 29 und später greift es Jeremia auf, Jeremia 18, als Jeremia zum Töpfer gehen soll und Gott ihm dort diese Botschaft sagt, bin ich nicht wie ein Töpfer und kann ich euch nicht formen. Und jetzt sagen die Israeliten hier, Herr, bitte forme uns neu, forme uns zu einem Gefäß, zu deiner Ehre. Wollen wir nicht auch heute sagen, Herr, bitte forme mich neu, auch wenn ich viel gegen dich gesündigt habe, auch wenn ich oft weggelaufen bin von dir, wenn ich oft rebelliert habe, aber jetzt verstehe ich, ich bin unrein, ohne dich kann ich keinen einzigen Schritt gehen. Ich habe in meinem Leben irgendwann gemerkt, ich kann ohne Gott nicht irgendeinen, ich kann nicht einen Schritt ohne ihn gehen. Ich brauche ihn jeden Moment, ich brauche ihn jede Minute, ich brauche ihn immer in meinem Leben. und dann, wenn ich einfach bei ihm bleibe, dann kann er mein Leben formen, so wie er es möchte. Zürne nicht allzu sehr, oh Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Schuld, ziehe doch das in Betracht, dass wir alle dein Volk sind. Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden, Zion ist zur Wüste, Jerusalem zerstört, die Klagen, die da präsentieren, dasselbe Bild, und hier sehen wir wieder, wie sehr Jesaja bereits in der Vision sich hineinversetzt in die Lage der Israeliten, dann im Exil, unser heiliger und herrlicher Tempel, dem unsere Väter nicht gelobt haben, ist in Flammen aufgegangen und alles, was uns teuer war, ist verwüstet. Das schreibt Jesaja, als der Tempel noch ganz wunderbar steht und zeigt damit, wie konkret bereits die prophetische Botschaft einer späteren Generation das Evangelium nahelegen möchte. Willst du, Herr, trotz alledem dich zurückhalten, schweigen und uns ganz und gar niederbeugen? Diese Fragen bleiben mit ganz viel Vehemenz hier im Raum stehen, aber die Antworten sind längst gegeben worden. Sie sind gegeben worden ab Kapitel 40 und 41, 42, 43 und all den Kapiteln hat Gott schon deutlich gemacht, dass er ihnen helfen möchte. Es ist also eher so, dass Jesaja erst die Antworten präsentiert, die Gott gegeben hat und dann erst später hier die Fragen, die das Volk dann stellt, um deutlich zu machen, dass wenn Gott antwortet auf diese Fragen, er nicht antwortet, weil er sich aufgrund der Fragen überlegt hat, sondern weil die Israeliten dann nur Antworten ergreifen können, die schon längst feststanden, denn die Erlösung, die wir in Anspruch nehmen dürfen, steht schon längst fest, bevor wir überhaupt danach gefragt haben. Jesaja 65, Vers 1 Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten, ich habe gesagt, hier bin ich, hier bin ich, zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Noch einmal wird hier sehr deutlich jetzt die Idee präsentiert, dass Heiden, das Volk Gottes auch, zum Volk Gottes werden können, Gott sagt sehr deutlich, die, die nicht mein Volk waren, werden jetzt mein Volk. Und dann im Kontrast dazu, in Vers 2, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgesteckt, nach einem widerspenstigen Volk, dass er seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Also Gott kontrastiert hier jetzt zwei Dinge, und das wird jetzt für die nächsten Minuten noch wichtig werden. Er kontrastiert das Volk, das gar nicht ihm gehörte, die Heiden, die ihn dabei finden würden, während er sich bemüht, um das Volk Israel, das aber widerspenstig ist. Vers 3 Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt, indem es in den Gärten opfert und auf Ziegeln, Steinen räuchert. Das hatten wir zum Teil schon auch in Jesaja 1 gesehen, diese Götzenheine, die dort angesprochen worden waren. Dass in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet, vielleicht ein Hinweis auch auf Totenbeschwörungen, die ja schon in Jesaja 8, Vers 19 kritisiert worden ist, zu Recht, von Gott Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Ein Hinweis darauf, dass in 3. Mose 11 uns gesagt wird, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht essen dürfen und die, was Gott also wichtig ist, ist, dass wir uns von Schweinefleisch zum Beispiel wirklich enthalten. Das ist wie in keinem Marginalium, sondern etwas, das ihn wirklich beleidigt, wenn wir das dann, wie der besseren Wissens, trotzdem tun. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Es ist interessant, dass Menschen in der Lage sind, schwer gegen Gott zu sündigen und trotzdem den Eindruck haben, dass sie noch heiliger sind als andere. Jemand, der mit Gott wirklich lebt, der wird sich nicht als heiliger als andere sehen, weil er sich selbst erkannt hat, wie sündig er ist und wie sehr Gott braucht. Aber jemand, der sich über andere erhebt, der wird ein religiöses Gewand anziehen und dann aber insgeheim viel sündigen, so wie es auch zur Zeit von Jesus bei den Pharisäern und Sadduzäern so oft zu beobachten war. Vers 6, siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich will nicht schweigen, sondern vergelten. Ja, ich werde es Ihnen in den Gewandbausch vergelten. Die Bibel macht sehr deutlich, Gott hat ein Register. Gott hat Bücher, in denen all die Werke verzeichnet sind. Keine Sünde wird vergessen werden. Sünden können vergeben werden und dann vergessen werden, wenn sie durch das Blut Jesu bedeckt sind. Dann können sie ausgetökt werden. Dann sagt Gott, werde ich sie vergessen, werde nie wieder daran denken. Aber wenn wir diese Sünden nicht zu Gott bringen, werden sie alle ganz, ganz akkurat dort stehen bleiben und gegen uns Zeugen am Tag des Gerichtes. Eure Sünden und die Sünden eurer Väter miteinander, spricht der Herr, weil sie auf den Bergen geräuchert und mich auf den Höhen verhöhnt haben. Darum will ich ihnen zuerst ihren verdienten Lohn in ihren Gewandbausch zumessen. So spricht der Herr, wie wenn sich noch Saft in einer Traube findet und man dann sagt, verdirbt sie nicht. Es ist ein Segen in ihr. So will auch ich handeln um meiner Knechte willen, dass sich nicht das ganze Verderber. Ein ganz toller Vers, der deutlich macht, dass der unverdorbene Traubensaft Segen bringt. Etwas, was auch in der Diskussion um Wein in der Bibel von Interesse ist. Hier haben wir wieder das Bild von den Übrigen. Da bleiben einige übrig. Auch wenn es viele Gottlose im Volk gibt, wird es einige geben. Er wird nicht das Ganze verderben. Und ich werde aus Jakob einen Samen hervorgehen lassen und aus Judah einen Erben meiner Berge. Meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte werden dort, wo die Übrigen werden in Jerusalem sein. Viele werden übrigens, sind dann in Babylon geblieben, sind nicht mehr Teil des Volkes Gottes geworden. Sie haben sich in der Fremde häuslich eingerichtet und wollten das nicht mehr verlassen. Aber wir sehen hier also die Idee, dass es das Volk Gottes gibt, dass zwar, wo viele Sündige, aber einige werden übrig bleiben und werden nach Zion zurückkehren und dazu werden die Heiden kommen. Dadurch kommt jetzt eine Dynamik hier ins Spiel, die jetzt für diese letzten beiden Kapitel noch wichtig sein wird. Saron soll zu einer Schafhürde werden. Das bedeutet, dass das, was wir in Jesaja 33, glaube ich war es, in Jesaja 33, Vers 9, dieser Zustand, der dort beschrieben wird, wird, dass der umgekehrt wird und das Tal Achor, das Tal, in dem Achan gesteinigt worden ist, das aber in Jesaja, in Hosea 2, als ein Tor, als eine Tür der Hoffnung beschrieben wird, wenn Gott sein Volk wieder löst, das soll zu einem Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Also hier gibt es das Volk, das ihn sucht und dann wieder im Kontrast, ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, also die, die nicht zurückkehren wollen nach Zion, nach Jerusalem, die ihr dem Glück einen Tisch bereitet und dem Schicksal zu Ehren einen Trank einschenkt. Das sind zwei, das ist Übersetzung, zweier westsemitischer Gottheiden, nämlich Gat und Meni. Gat ist der Zufallsgott, der Gott des Zufalls wie die Fortuna, zum Beispiel im Lateinischen oder die Tüche im Griechischen oder und dann Meni ist der Schicksalsgott und hier gibt es also Menschen, die dem Volk Gottes angehören, nominell die Israeliten sind, aber die mehr sich auf Glück und Schicksal verlassen als auf den lebendigen Gott der Bibel. Über euch will ich als Schicksal das Schwert verhängen, dass ihr alle zur Schlachtung hinsinken werdet, denn als ich rief, da habt ihr nicht geantwortet. Als ich redete, da habt ihr nicht hören wollen, sondern ihr habt getan, was in meinen Augen böse ist und habt erwählt, was mir nicht gefiel. Hier sehen wir also, warum Menschen am Ende verloren gehen. Sie haben die Erlösung, die Gott angeboten hat, abgelehnt. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe meine Knechte sollen essen, ihr aber sollt hungern, siehe meine Knechte sollen trinken, ihr aber sollt lustig sein, siehe meine Knechte sollen vor gutem Mut jauchzen, ihr aber werdet beschämt werden, siehe meine Knechte sollen vor Freude des Herzens vorlocken, ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern. Die Trennung könnte nicht deutlicher sein, Gott sagt, es gibt in meinem Volk zwei Gruppen, meine Knechte und die, die mich verlassen, die mich suchen und die, ja, mich verlassen. Und diese beiden Gruppen wird er ganz getrennt behandeln, obwohl sie vielleicht dieselbe Genetik haben und dieselbe Abstammung haben, sind es für Gott zwei verschiedene Gruppen. ist eine ganz fundamental wichtige Idee, um dann zu verstehen, was zur Zeit von Jesus passiert im Volk Israel. Und ihr müsst euren Namen, meinen Auserwählten, zum Fluchwort hinterlassen, denn Gott, der Herr, wird dich töten. Übrigens hier ein ganz deutlicher Vers, das Gott tötet, weil es immer wieder Leute gibt mit Irrlehren, die das in Zweifel ziehen. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen, der Name, sehr interessanter Vers, ist bemerkenswert, der Name, die eigentlich Gottes Volk gewesen wären, aber dann ihn verlassen. Ihr Name wird zum Fluchwort, aber diejenigen, die Gott nachfolgen, bekommen einen neuen Namen. Vers 16, sodass, wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird, denn man wird die früheren Nöte vergessen und sie werden vor meinen Augen verborgen sein. Gott hat versprochen, dass er die früheren Sünden all das vergessen wird. Und dann kommt der Grund, warum. Und jetzt wird es dramatisch schön, denn Gott sagt hier in Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und vorlocken über das, was ich erschaffen, denn ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Es geht hier auch um die Wiederherstellung Jerusalems, den Aufbau der Stadt, den Aufbau des Tempels, die Rückkehr der Israeliten. Das Ganze wird allerdings zum Typus auf eine noch viel größere Wiederherstellung. Während die Wiederherstellung Jerusalems eine temporäre, eine lokal begrenzte Wiederherstellung ist, möchte Gott am Ende die ganze Welt, den ganzen Himmel, alles neu schaffen und wiederherstellen. Die Einstellung zur Wiederherstellung Jerusalems offenbart also die geistlichen Prinzipien, die auch am Ende der Zeit, wenn es um die neue Erde und den neuen Himmel gehen wird, von Bedeutung sein werden. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk und es soll kein Klagelaut und kein Wegeschrei mehr darin vernommen werden. Wir haben es schon oft gesehen, Jesaja 25, Vers 8 zum Beispiel, dass es kein Leid mehr geben wird. Jesaja Offenbarung 21 greift dann diese Idee in den ersten Versen wieder auf, wenn es auch um die neue Erde geht und das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, bevor dann die neue Erde auch geschaffen wird. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Wenn man diesen Vers oder diesen Abschnitt nur auf die neue Erde bezieht, dann ist es ein schwieriger Vers. Aber zunächst einmal haben wir gesehen, ist der Vers auch, oder der Abschnitt auch, auf die Wiederherstellung der irdischen Stadt Jerusalem gemünzt und als Typus dort angelegt. Und hier sehen wir also, welchen Segen Gott schon auf dieser Erde, seinem Volk, geben wollte, im irdischen Jerusalem und im irdischen Israel, wenn sie vollständig seinen Plan umgesetzt hätten. und bezogen auf die neue Erde können wir feststellen, dass hier auch in poetischer Sprache eine Idee ausgedrückt wird, eine Idee, mit der Jesaja offensichtlich, der Geist Gottes durch Jesaja, den Menschen auf ihre Art und Weise erklären wollte, dass am Ende sozusagen hier lange Zeiträume, eine, und wir wissen heute aus der Offenbarung, auch eine Ewigkeit das Leben gehen wird. Vers 21, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinwerke pflanzen und auch deren Früchte genießen. Die Israeliten sollten dann wieder im Land Kanaan, im Palästina, wieder Häuser bauen, Weinwerke pflanzen, aber auch wir werden auf der neuen Erde Weinwerke bauen und neue Häuser bauen und Weinwerke pflanzen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist, denn das ist wieder diese Idee mit dem Fluch aus Jesaja, aus 5. Mose 28 und 3. Mose 26, denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich bemühen und nicht Kinder vor allen jenen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Die Bibel sagt uns, wenn wir Christus angehören, sind wir nach der Verheißung erben, sind wir Same, sind wir Nachkommen Abrahams nach der Verheißung, so sagt es zum Beispiel Galater Kapitel 3, Vers 24 und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch reden, will ich sie erhören. Was für eine wunderbare Verheißung. So ähnlich hatten wir das schon in Jesaja 58, wo beschrieben wird, wenn wir das wahre Fasten ausführen, wenn wir für andere Menschen da sind, wenn wir unseren Glauben in die Praxis umsetzen, dann wird Gott antworten, wenn wir hören. Das heißt, in gewisser Weise können wir hier schon auf der Erde ein Stück Himmel auf Erden haben. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Das erinnert uns an Jesaja 11, wo dort auch mit ähnlichen Worten bereits die Friedensherrschaft des Messias beschrieben worden ist und die Schlange wird sich vom Staub ernähren. Das kommt natürlich aus 1. Mose 3, Vers 14. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg. Sprich, der Herr, was für eine wunderbare Beschreibung, eine Vision des wiederhergestellten Jerusalems in Glanz und Herrlichkeit und dahinter sieht man schon die Herrlichkeit der neuen Erde leuchten, die quasi dahinter steht und sagt, das ist eigentlich was am Ende, ganz am Ende dieses großen Kampfes wirklich auf uns wartet. Kommen wir zum letzten Kapitel, Jesaja 66, Vers 1. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollte ich mir denn bauen? Oder was ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hier macht Gott jetzt deutlich, dieser Tempel ist ja eigentlich nur ein Symbol, eine Metapher, eine Illustration. Gott braucht keinen Tempel. Salomo wusste das ganz deutlich, als er den Tempel gebaut hatte, dass Gott nicht wirklich in Tempeln wohnt. Und Paulus sagt das ja in der Postgeschichte 17 ganz deutlich. Interessanterweise wird in 1. Chronik 28 von dem Tempel, den David bauen möchte, von ihm gesagt, dass er ein Schemel für die Füße Gottes ist. Aber hier wird jetzt gesagt, dass die ganze Erde ein Schemel für die Füße ist. Wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, können wir also sehen, dass der Tempel ein Symbol auch für die ganze Erde ist. Mit anderen Worten, dass wenn einmal die neue Erde gemacht wird und dann Jerusalem auf dieser Erde ist, dann ist quasi diese ganze wiederhergestellte Erde der Tempel sozusagen für das Allerheil oder für das Universum. Dann sehen wir sozusagen, dass die Wiederherstellung des Tempels und Jerusalems ein Typus ist auf die Wiederherstellung dieser ganzen Welt. Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden. Spricht der Herr, Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert von meinem Wort. Gott sagt, ich bin so mächtig, ich bin so groß, ich bin der Schöpfer, aber auf den achte ich, der, der demütig ist. Damit wird der Gedanke aus Jesaja 57, Vers 15 wiederholt, wo Gott sagt, dass er dennig ist, der hoch erhaben wohnt in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen Gemütes ist. Interessanterweise hat Stephanus in seiner letzten Predigt in Apostelgeschichte 7 diese beiden Verse zitiert und er hat genau in der Mitte von Vers 2 gestoppt und dann seine Predigt unterbrochen, weil er gemerkt hat, dass die Menschen dort im Sanhedrin, die Pharisäer und Sadduzier ihm nicht mehr zuhörten und er ihnen sagen muss, dass sie verstockt sind und unbeschittenen Herz und Ohren. Genau vor diesem Satz, ich will aber den ansehen, spricht der Herr, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort und genau das hatten die Menschen dort im Sanhedrin nicht gemacht. Sie haben nicht vor Gottes Wort gezittert und so hört Stephanus direkt vor diesem Satz auf, um ihnen deutlich zu machen, dass das, was hier steht, nicht auf sie zutrifft. Wer ein Ochsen schächtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Wer Weihrauch anzündet, ist wie einer, der einen Götzen verehrt. Sie alle erwählen ihre eigenen Wege und ihre Seele hat wohlgefallen an ihren Grollen. Wir haben ja dasselbe, was wir schon in Jesaja 1 gesehen haben. Da werden Opfer gebracht, die richtigen Opfer an den richtigen Tagen, an den Neumundfesten, an den Sabbaten, aber sie sündigen durch ihr Leben und Gott sagt daran, habe ich kein Wohlgefallen. Da könnt ihr auch gleich Götzendienst in Reinform betreiben. Darum will auch ich erwählen, was sie quält und über sie bringen, wovor ihnen graut. Denn als ich rief, gab mir niemand Antwort. Als ich redete, wollten sie nicht hören, sondern taten was Böses in meinen Augen und erwählten, was mir nicht gefiel. Das große Problem der Menschen, wenn sie am Ende verloren gehen, ist nicht, dass sie Böses getan haben, sondern dass sie Böses getan haben, obwohl Gott ihnen das Gute angeboten hat, dass sie hätten gerettet werden können, dass sie hätten umkehren können, dass sie gesehen haben, was Gott möchte und sich wissentlich dagegen entschieden haben, das Licht verworfen haben. Hört das Wort des Herrn, ihr, die erzittert vor seinem Wort. Das sind die, die in Vers 2 angesprochen worden sind. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen. Hier sehen wir also ganz deutlich, dass es innerhalb des Volkes Gottes eine Spaltung gibt, eine Trennung zwischen denen, die nur noch zwischen denen, die nur noch ja, zwischen denen, die wirklich von ganzem Herzen Gott suchen und zittern vor seinem Wort und demütig sind und einen zerbrochenen Geist haben und denjenigen, die rein formal Sabbat für Sabbat in den Gottesdienst gehen und die richtigen Opfer bringen, aber in ihrem Leben die Sünde nicht lassen und Gott sagt, es wird eine Spaltung geben und die, die an der Sünde festhalten, werden sich gegen die wenden, die wirklich vor Gottes Wort erzittern. Es sagen eure Brüder, durchhassen und euch verstoßen um meines Namens willen. Der Herr möge sie doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können, aber sie werden sich schämen müssen. Übrigens, dieser Vers 5 hier, der Satz, damit wir eure Freude sehen, könnte sich grammatikalisch auch anders übersetzen lassen ohne dass wir in die Details der hebräischen Grammatik hier gehen, könnte man auch übersetzen und er, also der Herr, wird zu eurer Freude erscheinen. Das liegt daran, dass die Verbform zwei sehr unterschiedliche Dinge meinen könnte und so zumindest hat es auch die King James Version übersetzt und so in dieser Bedeutung, dass der Herr erscheinen wird zu ihrer Freude und aber die Gottlosen sich schämen müssen, so hat es auch die Familie von Alan Harman verstanden, als sie 1843 wegen der Adventbotschaft aus der Methodistenkirche ausgeschlossen worden ist. Eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stadt her, eine Stimme aus dem Tempel, das ist die Stimme des Herrn, der seinen Feind bezahlt, was sie verdienen. Ein neuer Gedanke nochmal in Vers 7, Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren. Bevor die Kindesnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Hier wird nochmal zurück aufgegriffen, was in Jesaja 54 beschrieben worden ist, das Jerusalem, ein Typus für unsere geistliche Mutter, das neue Jerusalem. Wer hat Jesu etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Und tatsächlich gibt es eine interessante historische Erfüllung, als nämlich am Tag von Pfingsten der Heilige Geist kommt in Vollmacht und Petrus Predigt entsteht innerhalb von einem Tag ein neues Volk. Das Volk, der, wie sie später genannt werden, der Christen. In kürzester Zeit wird dort eine große Gemeinde versammelt in Jerusalem. In Vers 9 heißt es, sollte ich bis zum Durchbruch bringen und doch nicht gebären lassen, spricht der Herr, sollte ich der ich gebären lasse, die Geburt verhindern, spricht dein Gott. Das ist sehr interessant, weil hier Gott Bezug nimmt auf eine Formulierung, die Hiskia damals in Jesaja 37, Vers 3 gebraucht hat, als Sanherib mit der Armee, also als die Armee von Sanherib, vor Jerusalem stand und Gott verhöhnt und gelästert hat und da hatte Gott, hatte Hiskia diese Formulierung gebraucht. Ja, wir sind bis zum Durchbruch gekommen, aber es ist doch keine Kraft zum Gebären und Gott sagt jetzt hier, doch, ich habe Kraft. Ich kann erlösen, selbst aus der größten und höchsten Not. Was Gott für uns tun möchte, geht weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Er hat das Werk begonnen, er wird es auch vollenden. Er kann es vollenden. Das macht Philippa 1,6 ganz deutlich. Paulus sagt, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Wir müssen nicht Angst haben, dass Gott uns auf einen Weg bringt und dann nicht genügend Kraft hat, uns auch wirklich zu vollenden. Nicht Kraft hat, uns wirklich den vollständigen Sieg zu schenken. Gott hat genügend Kraft, wenn wir an ihm festhalten und ihm die Treue halten. Wenn wir uns an ihn klammern, dann wird er alles in uns vollenden, was notwendig ist, damit du und ich einmal auf den Straßen aus Gold, in Neu-Jerusalem, in Gewändern aus purem Weiß und mit Kronen begründ als Erlöste wandeln können. Gott hat die Kraft, das zu tun. Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie. Ihr alle, die ihr sie liebt, frohlockt, teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die euch um sie betrübt habt. Diese Aufruf zur Freude zieht sich durch das ganze Buch Jesaja. Wir haben viele Stellen dazu gelesen. Indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Ganz ähnliches Bild hatten wir auch schon in Jesaja 60, Vers 16 gesehen. Und dann heißt es hier, denn so spricht der Herr, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten, wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker, wie einen überfließenden Bach. Auch das kennen wir schon aus Jesaja 60, die Heidenvölker, die nach Jerusalem kommen, aus Jesaja 2 auch schon. Und ihr sollt gestillt sein. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien Lipkosen. Die erlösten Israeliten werden hier beschrieben wie kleine Kinder. Und das erinnert uns an eine Formulierung von Jesus in Matthäus Kapitel 18, Vers 3, wo er deutlich gemacht hat, dass wenn wir nicht werden wie die Kinder, werden wir gar nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und dieses Bild der Kinder wird auch im nächsten Vers noch quasi mitgedacht, wenn es heißt in Vers 13, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Tröstet mein Volk, war die Botschaft in Jesaja 40. Immer wieder haben wir gesehen, dass Gott sein Volk tröstet. Der Trost einer Mutter ist das Fürsorglichste, was Menschen sich überhaupt vorstellen können. Paulus gebraucht übrigens das Bild der stillenden Mutter auch für seinen eigenen Gemeindedienst in 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Und wenn ihr dies seht, dann wird euer Herz sich freuen, wie wir es schon in Jesaja 60 gesehen haben. Und das Herz wird weit werden und wird hüpfen vor Freude. Und eure Gebeine werden sprossen, wie grünes Gras. So wird sich die Hand des Herrn zu erkennen geben, an seinen Knechten, seinen Zorn, aber an seinen Feinden. Immer sehen wir diese Zweiteilung. Die, die an Gott festhalten, werden Erlösung erleben, sie werden Freude erleben, sie werden grünen und sprossen, es wird ihnen gut gehen und die Feinde werden allerdings den Zorn Gottes erleben. Und der wird jetzt noch einmal beschrieben, hier am Ende in Vers 15. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohung in Feuerflammen. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Ein Bild, das wir auch an anderen Stellen, in Hesekiel 38, 39 zum Beispiel und dann in Offenbarung natürlich, in Offenbarung 19 zum Beispiel, sehr deutlich auch beschrieben finden. Die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und einer anderen, also wahrscheinlich ist hier die Astarte, die Aschera, Gemeinverzeihung, das ist aber nicht ganz klar. Inmitten derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen, alle zusammen sollen sie weggerafft werden. Sprich daher, diese Gruppe kennen wir schon aus Jesaja 65 und dort Vers 3 und 4, sie haben das Evangelium abgelehnt, sie bleiben an ihren Sünden, sie sind immer noch in demselben Zustand wie in Jesaja 1 und deswegen werden sie jetzt am Ende vernichtet. Verzeihung, ich aber kenne ihre Werke und Pläne, es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Gott sei, ich weiß, was im Menschen ist, ich kenne seine Pläne, ich kenne seine Werke, ich kann wirklich rechtmäßig richten und deswegen ist es Zeit, dass irgendwann alle Nationen zusammenkommen, damit alle die Herrlichkeit sehen. Das war die Vision seit Jesaja 2. Wir wissen, Jesaja 2, da sollen die Nationen kommen, da kommen die Nationen zu Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Aber wir wissen auch aus Joel 4, dass andere Nationen kommen werden, um Jerusalem anzugreifen. Es wird diesen Tag des Herrn geben. Die einen werden zu Gott finden, die anderen werden gegen Gott kämpfen. Es wird die ganze Welt involviert sein. Da hat Gott versucht, Dinge zu erklären, die dann in Offenbarung 14 beschrieben werden, dass ein Evangelium die ganze Welt erreicht und gleichzeitig in Offenbarung 16 eine falsche Botschaft, die ganze Welt verführt. Alle Nationen werden dann involviert in diesen letzten großen Kampf und dann nach den tausend Jahren wird das Ganze auf die Spitze getrieben, wenn alle Nationen aller Zeitalter jemals zusammenkommen werden, um das letzte Gericht, die Herrlichkeit der Erlösten in Neu-Jerusalem und die Vernichtung der Gottlosen buchstäblich zu sehen, dann werden all diese Verheißungen sich bis auf den Buchstaben tatsächlich buchstäblich auf dieser Welt in Neu-Jerusalem und um Neu-Jerusalem herum erfüllen. Vers 19 Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte gerettete Entsenden zu den Heidenvölkern nach Tarsis. Das ist also vermutlich Tartessus, wie wir gesehen haben, schon im Zusammenhang von Jesaja 2. Vers 16 in Südspanien, also weit im Westen, Puhl. Das ist unklar, wahrscheinlich möglicherweise, die Insel Fila zwischen Ägypten und Äthiopien im Nil. Und Lut, das ist Lydien, das ist der Kleinasien, West-Kleinasien, heutige West-Türkei um Sardis herum, die Assyrer nannten es Ludu, die den Bogen spannen nach Tubal, das ist der im Osten von Kleinasien, das sind die sogenannten Tibarener, die dann auch in der Spätzeit des Assyrischen Reiches das Reich von Tabal hatten. Und Javan, Javan ist nichts anderes als Griechenland, das wird ganz deutlich, wenn man Daniel 8, Vers 21 liest, da wird Griechenland als Javan bezeichnet. Nach den fernen Inseln, also all die Gebiete im Mittelmeer, im Westen, die so ein Symbol für die weit entfernten Heiden waren, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Hier haben wir eine der deutlichsten Prophezeiungen auf die Heidenmission im ganzen Alten Testament. Hier wird gesagt, dass Menschen aus Jerusalem ausziehen werden, um in alle Herren Länder zu gehen, bis nach Westen und Süden und bis in die entlegensten Gebiete, bis zu den Heiden, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben und sie werden diese Herrlichkeit Gottes, seinen Charakter, seinen Wesen, seine Gnade und seine Wahrheit unter den Heidenvölkern verkündigen und Achtung und sie werden alle eure Brüder aus allen Heidenvölkern dem Herrn als Opfergabe herbeibringen, auf Pferden und auf Wagen und in Senften, auf Maultieren und Dromedan zu meinem heiligen Berg. Nach Jerusalem spricht der Herr, gleich wie die Kinder Israels, das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Und hier schließt sich jetzt ein Kreis, jetzt versteht man, was viele andere Prophezeiungen, jetzt versteht man besser, was viele andere Prophezeiungen vor und Jesaja sagen wollten. Was Gott hier sagt ist, sein Plan war eigentlich gewesen, dass wenn das Volk Israel aus Jerusalem, Verzeihung, aus Babylon kommt und Jerusalem wieder aufbaut zum Schmuck und zur Herrlichkeit und Gott dieses Volk besonders segnet, dann werden die Nationen angezogen, werden aber, es werden auch Missionare aus Jerusalem, jüdische Missionare aus Jerusalem ausgesandt werden, das war der Plan, in alle Herren Länder, in alle Welt und das Evangelium Gottes in alle Welt verkündigen und dann würden die noch immer gefangenen Juden, die in der ganzen Welt gefangen waren durch die verschiedenen Exile, auch das assyrische Exil und die verkauft worden waren, überall würden alle diese Juden frei werden und wieder zurückgebracht werden nach Jerusalem und damit würde sinnfällig erklärt werden, wie die Botschaft des Evangeliums Gefangene freimacht. Es wäre eine tatsächliche, ganz praktische Erklärung des Evangeliums geworden. Leider ist es nur sehr begrenzt überhaupt dazu, fast gar nicht dazu gekommen und als dann die Israeliten, die Juden zur Zeit Jesu, eine große Menge der Juden, die geistlichen Leiter vor allem auch, Jesus ablehnten und das Reich Gottes von sich stießen, dann hat sich dieser Vers erfüllt dadurch, dass die Jünger Jesu, sie allesamt ja Juden und Nachkommen Abrams auch in die Welt zogen und die Heiden mit dem Evangelium der Bibel, mit dem Evangelium von Jesus bekannt gemacht haben. Und ich werde auch von Ihnen, welche als Priester und Leviten nehmen, spricht der Herr. Hier ist diese Idee, dass alle Israeliten, auch die, die dann gefangen gewesen waren im Exil, zu Priester und Leviten werden. Wir haben ja diese Idee auch schon gesehen. In Jesaja 61, alle sollten Priester sein, um den Heiden das Volk, um den Heiden das Evangelium Gottes zu erklären. Und dann heißt es hier, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von meinem Angesicht bleiben werden, so spricht der Herr, so soll auch euer Samen und euer Name bestehen bleiben. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist hier nicht, das ist natürlich hier ein typologisch eine Beschreibung der Wiederherstellung von Jerusalem, aber es ist auch eine tatsächliche, antitypische Prophezeiung, dass es einem buchstäblich neuen Himmel, eine buchstäblich neue Erde geben wird. Petrus sagt uns das sehr deutlich in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 13, dass wir darauf harren dürfen, warten dürfen, uns vorbereiten dürfen und Offenbarung 21 beschreibt er und 22 beschreibt diese neue Erde im Detail. Vers 23, und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einführen wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Der Sabbat soll für alle Menschen, für alles Fleisch, universelle Gültigkeit haben. Das heißt auch für all die Heiden, die nach Jerusalem kommen werden. Hier sieht man sehr schön in Kooperation mit Jesaja 56 und Verbindung mit Jesaja 58, wie sehr der Sabbat hier als Zeichen des neuen Bundes, als Zeichen der Erlösung, als ewiges Zeichen für alle Menschen von Gott im Alten Testament gedacht ist. Und das zeigt uns, dass wir mit unserer Botschaft vom Sabbat am Ende der Zeit genau in schwarze treffen. Und immer wieder wird hier in diesen letzten Kapiteln von Jesaja der Sabbat als das Zeichen auch herausgestellt, an dem man dann die wahren Gläubigen erkennt. Und liebe Freunde, hier schließt sich ein gewaltig großer Kreis. Vor über drei Monaten haben wir hier zum ersten Mal uns mit Jesaja beschäftigt und haben Jesaja 1 gesehen, dass das Volk damals in Jerusalem, das Volk Israel, Neumonde und Sabbate feierte und glaubte deswegen, Gott wohlgefällig zu sein. Aber Gott sagte, ich kann es nicht ertragen, ich will nichts davon wissen, denn eure Hände sind voll Blut, weil ihr sündigt die ganze Zeit. Und jetzt am Ende von Jesaja, im letzten Kapitel, auf den letzten Seiten, auf den letzten Versen wird der Bogen geschlossen und hier finden wir jetzt Menschen, nicht nur Israeliten, sondern Menschen aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, die in Jerusalem, und hier leuchtet schon das neue Jerusalem dahinter hervor, wieder Neumond und Sabbat feiern, aber diesmal so, dass es Gott wohlgefällig ist, diesmal so, dass es ihm eine Freude ist und dass er sich über sie freuen kann und jubeln kann. Und wenn man wissen will, was hat sich verändert von Jesaja 1 zu Jesaja 66, dann sind all die 64 Kapitel dazwischen die Botschaft. Man kann die ganze Geschichte des Buches Jesaja beschreiben als diese Geschichte von den Neumonden und Sabbaten in Jesaja 1 und den Neumonden und Sabbaten in Jesaja 66. Von der heuchlerischen Tradition hin zu einer lebendigen Erfahrung mit Gott, die auf ewig sich auf der neuen Erde fortsetzen wird. Das ist die Geschichte, das ist die Botschaft von Jesaja und sie manifestiert sich in Jesus Christus, der allein uns von dort nach dort bringen kann. Vers 24 Und doch bleibt auch hier deutlich, dass es zwei Gruppen geben wird, nicht nur die Erlösten, sondern auch die, die verloren gehen werden und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Dieses Bild kennen wir aus Jesaja 34, wo wir gesehen haben, dass es bildlich metaphorisch gemeint ist, eine ewige Vernichtung, die nicht mehr umkehrbar ist. Sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Bis an den letzten Vers bleibt diese Zweiteilung. Wir können uns entscheiden, ob wir ein Leichnam sein wollen oder ob wir auf alle Ewigkeit Sabbat für Sabbat vor Gott anbeten. Diese Entscheidung steht vor uns. Jesaja ist ein Buch, das wie kaum ein anderes das Evangelium in all seiner Schönheit uns präsentiert, in einer Wortgewaltigkeit, die manchmal überwältigend ist. Aber eine Sache kann uns das Buch Jesaja nicht abnehmen, nämlich die Entscheidung für diesen Jesus, der uns geschaffen hat, wie es Jesaja 40, 41, 42, 43, 44, 45 immer wieder sagt, der für uns am Kreuz gestorben ist, wie es Jesaja 53 sagt, der uns die Erlösung anbietet, wie es Jesaja 55 sagt, der sich uns offenbart, dem Heiligtum, wie wir in Jesaja 6 gesehen haben, der uns nahe ist, wenn wir als zerbrochenen Geistes sind, wie uns Jesaja 57 zeigt, der uns den Sabbat schenkt, der Herr des Sabbats ist, wie Jesaja 56 und 58. Und Jesaja 66 uns zeigen, dieser Jesus, der in den Wolken des Himmels wiederkehren wird, der unser König, unser Gesetzgeber, unser Herr ist, der wiederkommen wird, wenn wir sagen werden, seh, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns errette, unser Hirte, der, der uns, der mächtig ist zum Erretten, der uns geführt hat, bis zu diesem Zeitpunkt, und uns weiterführen möchte, Tag für Tag, darf dieser Jesus, der Sohn, Immanuel, Gott mit uns, darf er, dein Leben, bestimmen, darf er, dein Erlöser sein, möchtest du dich an ihn festklammern, und ihn nicht mehr loslassen, Gott segne, deine Entscheidung, er hat dein Gebet, er hört, lass uns gemeinsam beten, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir Jesaja studieren dürfen, wir sind zwar jetzt hier ans Ende angelangt, aber wir sind noch längst nicht angelangt, an das Ende dessen, was man in Jesaja verstehen kann, wir haben gerade erst mal angefangen zu verstehen, wie großartig dieses Buch ist, und was man eigentlich alles da noch studieren könnte, und welche Querverbindungen es noch geben könnte, Herr, es ist wie ein großer Ozean, den man kaum mehr blicken kann, so und so tief, und Herr, wir danken dir für jede Perle, die wir entdecken durften, wir danken dir für jede Schönheit, die wir sehen konnten, in diesem Buch, aber vor allem danken wir dir, dass an jeder Ecke, durch jeden Vers, in allen Botschaften, das Evangelium von Jesus heraus pulsiert, atmet, uns entgegenspringt, anleuchtet, und uns einlädt, diese Gerechtigkeit anzunehmen, damit auch wir ein Licht werden, und anderen Menschen davon erzählen, dass wir zu Priestern werden, und König für dich, Herr, wir möchten dich bitten, von ganzem Herzen, dass wir nicht aufhören, Jesaja zu studieren, und vor allem den, der die Erfüllung aller Prophezeiungen von Jesaja ist, nämlich Jesus Christus, und der in seinem Leben gezeigt hat, wie sehr er Jesaja geliebt hat, und wie sehr er diese Botschaft verkörpert hat, Herr, gib, dass diese Botschaft uns begleitet, bis du wiederkommst, bis wir einmal sagen können, wenn du in den Wolken des Himmels kommst, Herr Jesus, seh, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns errette, lass uns fröhlich sein, in seiner Rettung, Herr, darauf freuen wir uns, darauf warten wir, und wir danken dir, dass du heute, an diesem Tag, bei uns bist, uns nahe bist, wenn wir mit zerbrochenem Herzen vor dir stehen, vor dir knien, und wenn wir dich annehmen, dass du uns erlöst, dass du uns annimmst, und dass wir umsonst deine große Gnade und deine Gerechtigkeit empfangen dürfen, und dass du uns neu schaffst, dafür danken wir dir, im Namen Jesu, Amen. Damit sind wir ans Ende angelangt, unserer Serie, ich hoffe, dass ihr weiter Jesaja studieren werdet, dass ihr die Sendemanuskripte verwendet werdet, vielleicht auch im persönlichen Studium, in Hauskreisen, um weiter in diesem Thema zu bleiben, ab der nächsten Woche werden wir ein neues, spannendes Quartal haben, ein Thema, wo es um den Bund Gottes geht, um die Verheißungen, das uns wieder durch etliche Bücher der Bibel führen wird, und wo wir thematisch sehen werden, wie Gott sich den neuen Bund wünscht, ein Thema, das sehr praktisch sein wird, ein Thema, wo wir wieder viele verschiedene Sprecher einladen werden, die aus ihren verschiedenen Perspektiven ihr Bibelstudium mit uns teilen werden, bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen, und viel Freude im Studium seines Wortes, und im täglichen Leben mit unserem Immanuel, mit Jesus Christus. Amen.